So, weiter geht's! Die Rückkehr ist Drakken! Zeo! Zeo! Ich schofe ein paar, oder? Oh, 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 oh! Sehr männlich hier, ja, ja, ja! Oh, was ist das mit der Hattache? Fodgarn-Wulg von Moldau, die tickt uns alt und bästlich aus! Wie kann ich das bescheidene Moldau verrichten? Ich brauche eine Warnkrieg, die mir rechtmäßig zustehende Walachai erobern kann! Gegen Nordwesten im Transsilvanischen Wald liegt die Törzburg, eine Festung des Drakenshaums. Dort werdet ihr unterstützt, sagt Will. Jo. Wir werden schnellstens dorthin reiten! Ja, sehen wir das. Ja, sie kommen hier raus. Hä? Geht! Doch hat Acht vor den umziehenden Toten der Daneschen! Truppen? Was soll dein Königreich voll im Griff? Sehe ich, Allah! Dass du dich noch Acht geben musst in deinem eigenen Königreich! Ja, was ist das Kyriya! Oooh! Dun dun dun! Nein! Wir sind noch zu schwach. Oh, Vlad ist stark genug. Ne, Vlad ist auch zu schwach. Wir sagen mal so, das zählt jetzt nicht. Ne, was war das für ein Lappen jetzt? Fangen wir mal schnell von vorne an. Was für eine Lüsche, ey. Was für eine Lüsche. Ja, was für eine Lüsche. Ja, dann reite ich da jetzt ohne Unterbrechung. Wie kann ich das bescheidene Moldau beischt? Konversation ist auch ein bisschen, ey. Ja, man kann. Ja, ich bin ein bisschen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. In Nordwesten im Transsilvanischen Wald liegt die Törzburg. Eine Festung des Drachenhorns. Dort werdet ihr Unterstützer bilden. 4 zu plus 2, oder? Ja, 180, ja. Wir werden schnellstens dorthin reiten. Ja. Ich dachte jetzt ja der. 16 plus 2 und dann stirbst du so schnell an einem Turm? Hm. Geht. Doch habt Acht vor den umziehenden Toten. Jaja. Ja, auf ein bisschen kämpfen musst du trotzdem. Um mich drum rum. Was hab ich denn da? Chevaliers. Argentin. 12 plus 2. Aber auch gut. Wo sterben die so schnell? Ja. Hey komm. Das ist so gut. Ja. Hm. Ich warte mal ein bisschen. ich muss jetzt nicht wie die letzte lüste da ankommt der lappe stirbt doch so schnell eine große streitmacht der der nächste blockiert den bergpass wenn ihr den general der der nächste in ihren außenlager tötet könnte das die aufmerksamkeit der armee erregend und sie vom pass weg wo ist er ich bin zu schwach, ich bin raus komm ich da raus komm ich da raus komm ich da raus jetzt, 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 oh ne, da kommen noch mehr wo, da kommen zu viele ich hab da keinen bock noch mal zu starten, Leute wenn sie jetzt zuhören hinweise, hinweise sind das beste ja, wo ist der? ja, wo ist der? der ganz schön viele truppen da, der general hab ich erst mal gewusst, dass er hier rumbreitet oh scheiße ich muss mal einheißen, voll geil her ich bin zu schwach, um uns der general zu töten hmm 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 Das ist jetzt kacke, das ist auf der Verbündete, auf dem Winnlöckle. Hätte ich auch da rein stürmen können, hätte ich nicht geschafft. Jetzt stirbt die Lusche auch noch. Gehen Heiler? Nee, natürlich nicht. Ungünstig, ungünstig angefangen. Jetzt muss ich warten! Nur weil Vlad vorliegen Lusche ist. Schmuskelkater überall! Muskelkater überall! Waldo! Geht ne? Mit hier, mit hier, da. So. Da starten wir was komplett einfach mal neu. Aber wir starten einfach mal neu, Freunde. Ist okay, nochmal viel. Jetzt wissen wir es ja besser. Das ist hin und her, ich hätte auch ewig lange warten müssen jetzt. Bis er sich wieder heilt, wieder weglaufen, wieder angreifen, wieder weglaufen, wieder angreifen. Da fange ich ja mit denen an. Spitzeln die einfach alle weg. Und dann ist gut. Ich brauche Rat, wie ich die mir rechtmäßig zu stehende Walachei erobern kann. Was? Voller Beschiss, weißt du? Ich habe gestern gelesen, Lieferando ist Lieferkost frei. Wegen Corona, weil die Klingeln an der Tür bringen ja das dann so. Aber, ist ja gar nicht so. Nö. Ist ja gar nicht so. Geht. Doch hab acht vor den umziehenden Toten der Danesht. Geht. Geht eben. Geht ein bisschen vorsichtiger vor. Vorsichtiger. 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 Na, hat er hier rumgelaufen. In der Feige sind, ne. Wuuu. War ja klar. Aber nicht schlecht. Ne, nur nicht schlecht. Was haben die hier für Menüs? Das ist zu teuer. Haltet ein, meine Freunde. Eine große Strandmacht der D'Aneschte blockiert den Bergpass. Wenn ihr den General der D'Aneschte in ihrem Außenlager tötet, könnte das die Aufmerksamkeit der Armee erregen und sie vom Pass weglocken. Erst ein bisschen locken, ich will nicht in den Turm reinlatschen. Ja, jetzt geht's. Stark, abschauen. Wurden, schnell auf zum Hassen. Und jetzt geht's. Erhebt euch, Brüder des Drachen. Lasst uns den Stromfall seines Grafen schlossen. Ja, oké. Röntgen! Előre! Igen, gazdálkod, varany, gazdálkod. Igen, gazdálkod. Igen, gazdálkod. Jó napot. Szolgálat, gazdálkod. Jó napot. Jó napot. Ssss. Gyűjtögetek. 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 Jó napot. Gyűjtögetek. 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 Yo, das ist schon mal gut aus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wo ist die Arbiter-Franc? Ja, wo ist die Arbiter-Franc? Ja, wo ist die Arbiter-Franc. Kann ich aber noch nicht hingehen, sonst gehen die Autos kaputt. Ja, wo ist die Arbiter-Franc? Ja, wo ist die Arbiter-Franc? Ja, wo ist die Arbiter-Franc? Auf Beck've tai garann dann baublebleba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Und brutzesse Easter row ins Gruber-Franc Yeah, das ist schon wieder zu sein. Okay. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ja, das stimmt. Jön nachvoll. Ä-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Jön nachvoll. Ja... 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 Gut auf, Lehrer! Voran! Voran! Ja... Ja... Mhm... So... Oh... Oh... Ah... So... So... Oh... Oh... Oh, das war's. Pfff, 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 treibel. Ich war ein Stinger gemacht, oh. Die sind, die sind. Das war aus. Nee. Auch in den Händen. Ich bin so ein Schwerf. Ich bin so ein Riss im Grafen. Pfff, pfff, pfff. Die sind doch ganz mit den Händen. Das ist ein Pfeff, das ist ein Pfeff, das ist ein Pfeff, das ist ein Ah, noch einmal rein. Ja, anscheinend brauche ich noch mehr fürs Holz. Mehr für Nahrung brauche ich auf jeden Fall noch. Jo, ich glaube, das geht schon mal jetzt nicht so schlecht, ne? Ja, ich habe schon ein bisschen eine gute Kavallerie. Da habe ich mir keine Gedanken. Ja, ja, alles besser. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Das ist mir jetzt gut. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Ja, das ist so. Töten mag keiner. Ja, das ist so. 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 Ja. Was soll ich denn besiegen, eigentlich? Oh, oh, ist ja alles offen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ja, genau. Eipid, Katak. Ja, ja, ja. Igen. Eipid, Katak. Eipid. Mhm. 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 Ich kann ja gar nichts. Aber wie soll ich denn belagern, wenn ich nichts bauen kann? Das ist bescheuert gemacht. Nicht abgeschirmt. Ja. Was für Baran, Alter? Verkleide ich raus? Äh. Äh. Was ist denn genau ein Bauer übrig? Igen. Igen. Ah, ich brauche mehr Goldgräber, ne? Ich brauche mehr Goldgräber, ne? Ich brauche die Kürzlich. Ich brauche mehr Goldgräber. Ach. Sehr schlecht. Oh, ja. Oh. Oh. Ihr werdet fallen! Wir als Vater und Bruder vor euch! Ich habe nichts zum Belagern. Ist so ein bisschen stupid, aber wir rennen da jetzt rein. Und wir machen hier mal eine Kooperation. Wir machen hier eine schöne Kooperation, wir zwei. Macht man auch Gold für alle! Ja, das reicht! Aber wir machen hier. Ich weiß, ich weiß werfen, ich weiß. Oh, das ist ein bisschen was. Ich bin. Ich bin. Ich bin ein paar hier. Ich bin. Ich bin, ich bin. Be помощig. Juhl. Benjen, bennjen. Das war's für heute. Okay. 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 Yeah. Achtzehn... Da ist noch mehr, oder? Nur noch? Was ist denn mit dem Schmucks? Na, auf der anderen Seite. Kein Gold, ey! Wer hat da kein Gold gesagt? Hey, 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 hey. Wuhm, 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 wuhm! Yo! Na, warum nicht gar nicht wenn ich? Hat ja eh alles nur was intendiert hier? Was hab ich denn da vorne? Was rein? Was ist denn gut, Alter? Wie viele hier schütteln? Ich find's ein bisschen gescheuert. Warum? Wie kann ich denn da nichts bauen? Neutral? Ja, neutral, hin oder hin? Warum treffen die mich dann auch nicht neutral sind? Ich bin da vorne. Hecht? Ich bin da vorne. Aha, 이해. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Also, ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Hä, hä, hä! Ich bin da vorne. Aha! Woraus kann ich so weit zu laufen? Kannst du hier bleiben? Oh ja! Ich würde mal aufstehen! Schön Was kann ich denn da rein? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Wie kommt das? нет es headte es getstag Wie gesagt, ich mag dich nicht. Bisschen Gold, ne 4. Hm. 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 Warte mal. 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 Okay. Cool. Warte mal. Huah hoe 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 ogoe! Huhu hoe 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 hoe. Paran as... UNAPOL ASONNA EPITKETEG Na komm Hat das Ahna wieder weg erobert? Wie? Willst du jetzt zurück erobern? Warte, ich hab doch hier, nein, nein, nein Nein, 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 wir können ja hier hingehen Hast du zurück erobern Du? Eroberst die Bühne hier zurück Ja Nee, nee Oh Nee Oh Oh Ja, sah Was ist das? Oh, ja, Isten! Ja, ich bin. Was ist das? Was ist das? Oh ne, Witz, ich töte dich. Ah, jetzt bring die Scheiße, woher sie hingehört, von mir. Ich erst darf da reinmachen, oder was? Scheine Zimmern, oder was? Das sind alles Dinge, die ich erobern kann. Das Blur dort hat dich auf dir stehen lassen. Pass auf. Jetzt muss ich alles erobern. Mhm. Sonst bleibt das nicht mein Eigentum. Solgär, ich bin. Mhm. 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 Ähm. So, hierzu, woher? Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben soweit alles, ne? Alles unter meiner Kontrolle Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 da 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 wo waren die hier nein die kommen einfach so hier hin hm da steht nicht na gut so W6 ist auch eine sehr wichtige Base so gesehen die Frage ist kann ich hier einfach einlegen aber ich sehe hier keinen Eroberungspunkt ich sehe hier einfach aber ich sehe hier auch nichts zum Erobern wie die wo we 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 das du Das war's. 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 Das war's.